Musik Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Türchen des Adventskalenders Und hier erwartet dich jeden Tag um 6.30 Uhr eine neue Überraschung Das Ganze geht noch bis zum 24. Dezember Also jo, wir haben tatsächlich gar nicht mehr so lang Und heute ist schon Türchen Nummer 17 dran Und Türchen Nummer 17 ist auch wieder ein kleines Geschenk an die Community Denn heute können wieder drei Leute von euch jeweils 1000 Apex Coins gewinnen Alles was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich wirklich relativ easy Ihr klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung Der leitet euch auf meinen Discord in den Hashtag Gewinnspiel Channel Und dort seht ihr die Teilnahmebedingungen, die lest ihr sorgfältig durch Akzeptiert sie und schwupps seid ihr mit dabei Das Ganze wird ausgelost und zwar am 20.12.2022 Um 12 Uhr Dort ist das Gewinnspiel beendet Was heißt, ihr könnt sozusagen bis dorthin mitmachen Und ja, vielleicht seid ihr schon ein glücklicher Gewinner Der dreimal je 1000 Apex Coins Die könnt ihr dann für alles verwenden, was ihr so möchtet Jo, heute ein kürzeres Türchen Ich habe heute tatsächlich nicht so viel Zeit Beziehungsweise halt morgen nicht so viel Zeit Stressiger Tag von mir Aber hey, Leute, wir sehen uns um 14 Uhr zum 14 Uhr Video Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dorthin Macht's gut, bis dann Und ciao Ich wünsche euch noch einen schönen Tag